Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachbander. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig, dass ihr mir jetzt zuschaut und hoffe, euch wird das Video gefallen. Mein Ziel ist es immer, dass ihr besser Schach spielen lernt. Und übrigens, falls ich euch hier was mitgeben kann, wäre es immer schön, wenn ihr, bevor ihr das Video beendet, mir noch einen Daumen hoch gebt und einen Kommentar da lasst. Lese ich immer gerne, beantworte ich auch fast immer und bringt mir ein bisschen was für den Algorithmus, dass ihr mir ein kleines bisschen zurückgeben könnt. Das würde mich riesig freuen, aber kommen wir jetzt zum Video. Wir machen hier wieder Strategieaufgaben aus dem Buch, ich blende es euch ein, Mastering Chess Strategy von Johann Helsten. Und eure Aufgabe lautet, wie immer bei diesen Videos, dass ihr jetzt das Video gleich, ich erfreite euch gleich die Aufgabe und zwar weiß am Zug und man soll die nächsten drei bis vier Züge so angeben. Was macht ihr als nächstes? Drei bis vier Züge, das ist die Aufgabe. Holt euch ein Brett, baut zur Not am Computer auf, wenn ihr kein Brett habt oder keinen Bock drauf habt. Aber mein Vorschlag ist immer, holt euch ein echtes Brett, baut euch die Stellung auf und nehmt euch Zeit. Macht euch wirklich intensiv Gedanken über die Stellung, nicht nur einfach so, ach ja, ich würde den machen, sondern macht euch Gedanken über die Stellung, weil ich werde das auch gleich machen. Und dann könnt ihr das miteinander vergleichen, eure Gedanken, meine Gedanken, die Gedanken des Computers und des Buches und dann könnt ihr vielleicht für euch was mitnehmen, wo ihr sagt, oh, das ist interessant, da habe ich noch nie so drauf geachtet. Das ist jetzt eure Chance, weil ich jetzt was erzählen werde und deswegen macht das jetzt, haltet das Video an, baut die Stellung auf. Ich erzähle jetzt was darüber, weiß am Zug. Als erstes würde ich bei diesen Aufgaben immer empfehlen, mal kurz zu gucken, was los ist. Ich zähle mal erstmal durch, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Schwarz hat auch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Schwarz hat zwei Springer, wir haben Läufer und Springer. Und die Schwerfiguren sind noch drauf. Bauern, strukturell sieht das hier von uns ziemlich gesund aus, wir haben eine gute Bauernkette, hier auch. Schwarz hat hier einen Doppelbauern, das fällt schon mal auf, tendenziell eine Bauernschwäche. Dann gucke ich mir mal so die Könige an. Der Schwarze König, ja, durch diesen Doppelbauern minimal geschwächt, aber die hat natürlich hier viele Figuren. Der Läufer geht auf diesen Punkt F7, das könnte vielleicht eine Idee sein. Der Weiße König hat auch so kleine Schwächen hier, also er steht noch sicher und da keine schwarzen Figuren in die Nähe kommen, ist das wahrscheinlich okay. Was ist noch los? Wir haben hier eine offene Linie und da werden sich möglicherweise Figuren tauschen. Das ist ganz typisch, wenn es nur eine offene Linie gibt, dass sich da möglicherweise Türme tauschen. Jetzt gucke ich mir nochmal so meine Figuren an. Die stehen alle in Ordnung. Der Springer steht, denke ich mal, ganz in Ordnung. Der Läufer steht hier auf jeden Fall echt ganz gut. Der Springer, wo könnte der vielleicht hin? Hier wäre er vielleicht ganz cool. Weiß aber nicht, wie ich den... Dann müsste ich den irgendwie so, so, so. Ja, oder vielleicht mal in diese Richtung, wer weiß. Aber eigentlich steht er da erstmal auf jeden Fall in Ordnung. Er ist keine Problemfigur und auch die Türme stehen natürlich in Ordnung. Deswegen habe ich jetzt keine Figur, wo ich sagen würde, da muss man sich drum kümmern. Die ist besonders gut oder schlecht. Und auch der Gegner, der Springer, ich meine, auch der Springer hat hier Perspektiven. Und der Springer, wer weiß, ob man hier G4 kommt und der macht Druck gegen den E4. Und auch die Türme stehen natürlich gut hier in der Mitte und die Dame relativ aktiv. Deswegen würde ich jetzt so von den Figuren sagen, fällt mir nichts auf, wo ich jetzt sage, da gibt es eine sehr gute Figur oder eine sehr schlechte Figur. Drei bis vier Züge. Und ich kenne das Thema halt nicht. Die erste Frage, die ich mir stellen würde, möchte ich hier vielleicht die Türme tauschen. Ich tausche den Turm, ich spiele Turm. Wenn man die offene Linie aufgibt, dann muss man einen guten Grund haben. Und oft ist ein guter Grund, dass man einfach versucht, den nächsten Turm hinterher zu tauschen. Also Turmtausch, Turmtausch, Turmd1, Turmtausch, Turmtausch. Möchte ich hier in dieses Richtung Endspiel gehen. Ich habe den Läufer, der tendenziell die etwas bessere Figur sein kann als ein Springer. Und insbesondere der ist natürlich unangenehm, dieser Druck. Das wird nicht so ganz einfach. Der kann einen Springer da hinstellen, aber trotzdem wird dieser Läufer gut bleiben. Da bin ich mir relativ sicher. Sollte Schwarz auch tauschen die Türme, hat man auch die offene Linie. Dann hat man hier die offene D-Linie. Wer weiß, was man daraus machen kann. Und Schwarz hat natürlich diese Bauernschwäche, die er dann versuchen kann aufzulösen. Aber dann können wir vielleicht vorbeiziehen. Und dann können wir darauf mal setzen, dass Schwarz hier diese Bauernschwäche hat. Und vielleicht sagen, im Endspiel sind wir tendenziell ein bisschen besser. Schwarz hat hier 3 gegen 2. Was aber auch tendenziell mal ein Vorteil sein kann, weil man sich hier besser an Freibauern bilden kann. Wenn Schwarz es hier irgendwann schafft, alle Bauern vorzuziehen und 2 zu tauschen, dann hat er einen über. Und das ist ein Freibauer. Das heißt, er hat hier eine sogenannte Majorität am Damenflügel, weg von den Königen. Deswegen kann man die jetzt schon vorziehen. Der Weiße, der hat Schwierigkeiten hier, seine Bauern vorzuziehen, weil da der König steht und da die Action ist. Ja, das sind erstmal die allgemeinen Gedanken. Also da würde ich sagen, weiß ich nicht, ob ich unbedingt ins Endspiel möchte. Wäre jetzt nicht meine erste Intention oder meine erste Idee. Liegt aber auch daran, dass ich eher ein Spieler bin, der aktiv spielt. Und gar nicht, wenn ein Endspiel Vorteil verspricht, dann gehe ich da rein. Aber ansonsten suche ich auch gerne erstmal andere Wege. Was sind andere Wege? Was sind andere Züge, die mir hier einfallen? Also kann ich den Druck weiter gegen F7 machen? Man könnte vielleicht auch da mit C4 spielen. Wir spielen gerade mit Druck gegen F7 ein. Und statt den Türmen versuchen, die Damen zu tauschen. Das gefällt mir durchaus schon besser, weil ich finde, die schwarze Dame ist ziemlich gut. Die steht hier ziemlich nervig in dieser Diagonalen. Und wie gesagt, der König, spätestens wenn ich hier mal irgendwann vor will, ist ein bisschen wackelig. Und da ist so ein Damentausch vielleicht gar nicht so verkehrt. Und meine Dame, die hatte ja auch hier Probleme in der E-Linie. Ich wüsste nicht, wo ich meine Dame mal gut hinziehen soll. Und deswegen finde ich so ein Damentausch tendenziell schon angenehm. Der Läufer würde auch ein bisschen rauskommen, wieder von A2. Und dann könnte ich vielleicht auch meinen König mal aktivieren danach. Und dann, ja, durchaus auch Richtung, dieses Leichtfiguren-Endspiel verspricht vielleicht schon ein bisschen Vorteil, weil man auf diese Bauernschwäche gehen kann. Ihr seht aber, das waren jetzt alles Ideen, die Richtung Endspiel gehen. Aktive Ideen, ich wüsste aber nicht, wie ich da sonst rankomme. Wie gesagt, diesen Springer, den müsste man, wie sollte man den aktivieren? So, aber selbst wenn er da steht, kommt er nochmal in G6. Auf diesen Bauern gehen, wie gehe ich auf diesen Bauer drauf? Da komme ich nicht so einfach hin. E5, R4, das wird alles, das sieht ganz, R4, das schwächt hier alles. Das würde ich nicht ziehen. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, ob ich schon den König jetzt schon ranholen, aber wozu? Bringt einen eigentlich auch nicht weiter. Ja, also ihr seht, ich habe hier ein bisschen Probleme, sinnvolle Züge zu finden, wer weiß. Mit denen ich, also ich kann ja nicht irgendwas ziehen, bringt mir also die Dame hier hinziehen, das bringt mich ja alles nicht weiter. Und Schwarz kann danach irgendwie, Schwarz hat klare Züge, kann seinen Springer verbessern. Und wir müssen ja auch irgendwas Sinnvolles tun und mir würde die Idee, Tom, vielleicht kann man, also was man vielleicht verbinden könnte, habe ich nochmal überlegt, Turmtausch, Turmtausch, den Turm hier hin, Turmtausch und dann nicht mit der Dame wieder nehmen, sondern mit dem Springer wieder nehmen, mit der Idee dann den Springer eben doch in diese Richtung zu bringen. Aber dann kommt die Dame, die Dame, die wird nerven. Später im Endspiel, weil wenn ich die Dame drauflasse, dann wird die irgendwann ja immer nerven. Der König steht doch ein bisschen geschwächt, gerade wenn dann noch der kommt, dann fliegt das auch so ein bisschen auf und deswegen bleibe ich dabei. Ich habe ein bisschen, ich finde, Schwarz wird hier ziemlich schnell aktiv und da ist die Dame ziemlich gut und meine Lösung ist jetzt erstmal, Dame C4 zu spielen. Wie geht es weiter? Schwarz wird die Damen tauschen. Die D-Linie werden wir erstmal halten, wir werden erstmal, denke ich, noch nicht tauschen, wobei wir es dann natürlich auch überlegen könnten, gleich alles zu tauschen und Turmtausch zu spielen, weil wir den mit dem Springer wieder nehmen können und den Springer aktivieren können und in diesem Endspiel müssen wir besser stehen. Wir haben den Läufer, der ein bisschen besser ist und Schwarz hat hier diese Bauernschwäche, gegen die man vielleicht spielen kann. Und das wären dann meine nächsten Züge, über die ich zumindest dann nachdenken würde in dem Moment. Also damit C4 würde ich auf jeden Fall spielen und dann würde ich nochmal, wir sollen ja drei bis vier Züge angeben, wäre das schon erstmal eine Lösung, doch diese Türme zu tauschen, den Springer nach hier zu bringen und dann mal gucken, wie man dieses Endspiel gewinnt. Ja, bin ich mal gespannt, was der Computer sagt und das Buch sagt, ob ich vielleicht völlig daneben liege oder nicht. Ihr könnt schon ein bisschen gucken, was der Computer sagt. Ich mache nebenbei die Buchlösung auf und jetzt kommt wie immer der wichtigste Teil, dass wir uns beschäftigen. Ihr mit eurer Lösung, ich mit meiner Lösung, mit der Computerlösung. Es ist Botvinnik gegen Smyslov und Botvinnik spielt jetzt folgendes, Turm D8, Turm D8 und jetzt E5. Wow, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, deshalb hat man den Turm hier abgelenkt. Jetzt kann man E5 spielen, Springer D5 und jetzt kann man den tauschen, tauschen, Dame D2, Rufzeichen und jetzt spielt man natürlich gegen diesen schwachen Bauern. Der Computer sagt, das ist noch nicht so wild. So und jetzt kann man auch noch F hier spielen und kann gemütlich gegen diesen Bauern spielen. Wir können ja mal gucken, wie es weitergelaufen ist in der Partie, Dame D2, so schlägt, schlägt, Dame C6 ist ein Fehler, weil jetzt geht F5, Rufzeichen, Springer C5, nur mal so ungefähr, Dame G5 auch. Jetzt sehen wir natürlich, weil es schafft es hier einen Angriff zu starten. Dame D7, äh, Turm D7, Turm G1, F6, E schlägt F6, Springer E4 und F7. Hübscher Zug, äh, es droht matt, der Tor muss schlagen und dann kommt Dame D8 und Läufer D5, das wird hier ganz furchtbar. Gut, das, wir wollten uns jetzt nicht genauer mit dieser Lösung befassen, das, also nicht in der Tiefe mit jedem Zug, deswegen habe ich das ein bisschen schneller gemacht, damit wir nur mal sehen, wie dieser generelle Partieverlauf, ähm, hier war. Ja, wir müssen uns jetzt aber befassen mit der, mit, wie sieht es denn aus mit, da mit C4? Sagt der Computer, gar nicht geil, überhaupt gar nicht geil, warum? Tausch, 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 ups, natürlich nicht, Tausch, Tausch und jetzt kommt doch G4. Ja, und jetzt haben wir ein Problem, jetzt hängt natürlich der E4. Ich kann gar nicht, ich kann ja nicht F4 spielen, weil der E4 hängt. Ich soll das machen, sagt der Computer, aber jetzt kann er Schwarz 4 nehmen und das ist natürlich, das, so eine Stellung wollte ich natürlich überhaupt nicht. Jetzt kommt der Schwarze Turm hier super aktiv, ähm, und man sieht es ja auch, der sagt, Tennis Schiff steht jetzt eher schwarz besser. Ähm, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe nur gedacht, immer Tauschen, 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 über diese Möglichkeit G4, ähm, habe ich nicht nachgedacht. Ich habe in irgendwelchen Varianten ja mal darüber schon nachgedacht, aber dass er jetzt auch immer wieder nach Abtauschen droht, habe ich irgendwie vernachlässigt. Und das ist schon mal die erste Lektion, die ich jetzt hier für mich draus ziehe. Ähm, ich habe in dieser Aufgabe nicht genug die Optionen des Gegners gewürdigt. Ich habe zu sehr auf meine eigene Lösung geschaut. Hätte ich das gesehen mit G4, hätte ich es entweder versucht zu verhindern oder erkannt, dass ich vielleicht herausfinden können, dass ich ein bisschen was Aktiveres machen muss als dieser Abtäuscher. Und deswegen dieser Turmtausch und E5, der, ähm, bringt da natürlich eine andere Dynamik rein. Und der nimmt das mit G4 aus der Stellung. Ja, das, das sind so Sachen, die, wenn man so eine Großmeisterpartie nachspielt, das kommt, das, 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 das kommt oft gar nicht vor. Das sieht man ja oft gar nicht. Also wenn man selbst versucht, die Züge zu finden, dann merkt man erst, was dahinter steckt, hinter diesen Zügen. Das hat Botwinnic natürlich alles gesehen und hat das alles mit einkalkuliert. Was sagt, der Computer hier zum Turmtausch, äh, findet er auch gar nicht geil, wegen Springer 6, D7. Und jetzt sagt er hier, nee, Springer 6, D7. Weil dieser Springer jetzt, König G2, der Springer geht jetzt hier nach E5. Äh, sagen wir mal den, ich mache mal irgendwas. Jetzt kommt einfach A5. Ich mache mal wieder irgendwas. Ähm, nur mal um zu sehen, wie es so läuft. König, von mir ist der König nach hinten. Da mit D4, der König wieder nach vorne. Springer nach G6. König wieder nach hinten. Ja, dann kommt Springer, der Springer da rein. Okay, wir sehen, was passiert. Irgendwie werden diese schwarzen Springer auf einmal supergut. Und unser Springer, hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen erkannt, dass der irgendwie ein bisschen, der macht nichts. Und die schwarzen Springer fliegen hier ein in diese Stellung. Und der Läufer, von dem ich mir irgendwas versprochen hatte, der macht einfach auch nichts. Der nimmt tatsächlich auf A2 gar nicht mehr im Spielteil. Im Gegenteil. Ich dachte, er steht da hinten immer Richtung F7. Aber das tut ja gar nichts zur Sache, dieser Druck. Und der fehlt uns eigentlich auch hier beim Decken dieser Felder. Und das heißt, meine Einschätzung, dass dieses Endspiel, dass man dafür, oder das späte Mittelspiel, wie auch immer man das nennen will, dass man da Chancen hat, Druck zu machen als Weißer, ist falsch. Ich habe es einfach falsch eingeschätzt. Und das ist natürlich ein sehr lehrreicher Aspekt. Schach hat nicht immer was mit falschen Rechnen zu tun, aber auch mit falschen Einschätzungen. Und gerade diese falschen Einschätzungen, da kann man ein bisschen versuchen zu verstehen, warum man das falsch eingeschätzt hat. Oder was man vielleicht falsch bewertet hat, dass man es beim nächsten Mal ein bisschen besser mit einbezieht. Man wird nie wieder diese Stellung bekommen. Und in anderen Stellungen ist es vielleicht anders, dass man da diese Vorteile nutzen kann. Das heißt, ich war hier auf dem falschen Dampfer. Diese Möglichkeiten mit dem Tausch und E5 habe ich... Ich dachte, E5 ist einfach nicht möglich in dieser Stellung, weil immer hier diese Fesslung... Ich habe das einfach ausgeschlossen und habe nicht darüber nachgedacht. Und ja, das ist natürlich... E5 löst jetzt hier auch diese ganzen Probleme mit G4. Weil wenn der Springer schaut, wenn er jetzt nach hier geht, jetzt kann man wunderbar F4 spielen. Und jetzt steht auf einmal Schwarz super passiv. Man hat hier tolle verbundene Bauern. Jetzt hat man den Druck gegen F7 und insbesondere kriegt man den Druck in die G-Linie. Man kriegt Springer E4 rein und alle Figuren werden auf einmal aktiv. Deswegen ist das halt diese Variante auch sehr konkret. Schwarz muss eigentlich schon Springer D5 spielen. Er muss Springer D5 spielen. Und jetzt nach dem Tausch, jetzt muss man halt noch sehen, dass man F4 am besten vorbereitet. Direkt F4. Ich weiß nicht, was spricht direkt gegen F4? Dass Schwarz den hier spielt. Okay. Und dann wahrscheinlich nervig in diese Diagonale kommt. Warum ist damit D2 so? Ach, weil es den G5 angreift. Ah ja. Damit D2 greift den G5 an. In der Partie kam dann ja, glaube ich, Springer E6. So, so. Und wenn jetzt der kommt, wie es in der Partie auch... Nee, in der Partie kam er damit zu 6. Aber wenn jetzt der kommt, kommt trotzdem F5. Man rast einfach mit diesen Bauern vor. Springer F8. Und jetzt kommt sogar noch E6. Wow. Okay, das Ganze kriegt auf einmal noch auch so ein bisschen Dynamik. Diese Idee, dass man doch E5 und dann doch F4 und F5 spielt, muss man fast so ein bisschen auch in Kombination schon sehen. Und das ist eben... Jetzt wird es natürlich schwierig. Das ist jetzt nicht einfach mehr nur so eine kleine Überlegung, sondern das, muss ich sagen, würde ich jetzt persönlich sagen, ist eine schwierigere Aufgabe. Diesen Aspekt mit E5 sehen. Aber für mich, wie gesagt, sehr lehrreich, das mit dem Endspiel. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt. Wenn ihr eine ganz andere Idee habt, baut die Stellung auf und gebt das mal in den Computer ein und guckt mal, ob euch der Computer vielleicht die Idee besser gefällt als meine Idee. Und wenn nicht, könnt ihr ja ein bisschen rumklicken, um zu verstehen, was los ist. So wie ich das gerade gemacht habe. Nicht jeden Zug auf die Goldwaage legen, aber manchmal so ein bisschen rumklicken, um so eine Idee davon zu bekommen. So, ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Lasst gerne einen Daumen da und einen Kommentar. Und ich freue mich aufs nächste Video und hoffe, euch wiederzusehen. Macht's gut, euer Schachpander. Ciao. Ciao.